2 Uhr zum Kloster Marededell de Rocca. Wenn ihr etwas zu beichten habt, dürft ihr das heute erledigen. Ihr müsst spät zum 7 Uhr wieder zurück sein für das Buffet. Schön seid ihr da. Es gibt ca. 30 km insgesamt und ca. 300 bis 350 km Höhenmeter. Das ist nicht gewohnt, wenn sie fahren. So machen wir es. Wenn ihr die Kante habt. Vor einer Bremse. Hinten ist sie. Klackiert. Ich probiere es nochmal an der Seite. Da sind die Salbe ins Kreide. Aber das ist ein dick. Und da kommen wir. Es ist vielmals. Komm her. Ja, komm her. Zum Brot. Jetzt kommen wir zum Brot. Also der ganz schön ist. Dann bin ich los im Untergrund. Zum Brot her. Zum Brot weg. Im Brot Oberland. Das Brot Oberland ist schön. Wie auch so ob erland. Was ist denn? Was ist denn? Het gebr cord … ¡Huperhalde! 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 Anne hinten – anbacken Ah, Hombrecht, bist du in Spanien? Bist du in Spanien? Ja, ja. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.